Grünes Tuch wird geschwenkt und damit warten wir auf die Ampeln, die jetzt angehen. Fünf rote Lichter, die jetzt gleich ausgehen und dann ist der zwölfte Einzellauf des DTC 2016 freigegeben. Das ist jetzt der Fall. Vorne also das Beschleunigungsduell der Vukovic Audi gegen den Wolf Fiesta. Die Kias kommen los, die Antriebsduellen haben gehalten. Vukovic ist erster und einen super Start gibt es von beiden VW Chirokkos, die sich hier auf den Gesamtsätzen 3 und 4 einsortieren können und auch ein Adnils ist super losgekommen mit dem Mini. Geht da über die Außenbahn, jetzt wahrscheinlich sogar auf die dritte Super Production Position. Unterdessen geht es zwischen Meier und Lefterov schon wieder richtig rund und Rambo, der fährt da auf Lefterov auf und schießt den Bulgaren ins Aus. Der kriegt den Wagen nicht mehr eingefangen. Lefterov dreht sich raus, angeschoben von einem Super Production Fahrzeug. Ganz bittere Pille für den jungen Bulgaren hier. Pawe Lefterov bringt das Fahrzeug sofort wieder in Gang. Ah, das könnte noch Ärger geben für Alexander Rambo, der da versucht hat zwischen Lefterov und Reinhard Nils durchzukommen. Und da war einfach kein Platz für drei Fahrzeuge in der Mercedes Arena. Und Lefterov kann das Aufschaukeln nicht mehr verhindern und dreht sich dann letztlich raus. Glück für ihn, dass er nicht einschlägt. Ach, was für eine Enttäuschung für Pawe Lefterov. Und das ist natürlich jammerschade, dass uns jetzt hier dieses tolle Duell zwischen Matthias Meier und dem Bulgaren verwehrt bleibt. Tja, das war natürlich ein Start jetzt nicht so ganz nach Maß. Unterdessen schauen wir mal, wie es jetzt an der Spitze aussieht. Vukovic und Hammel fahren da vorne weg. Matthias Meier lässt jetzt erstmal diverse Super Production vorbei, hat dann den Blinker gesetzt. Reinhard Nils ist auf der dritten Position jetzt. Meier sortiert sich dann auf der 4 ein als Führender der Production U-Prom Klasse 2. Dann Kovac und dann Rambo, der also auch seinerseits sehr viel an Boden verloren hat in dieser Nummer. Dann haben wir Bernhard Wagner und dahinter sind dann schon Dirk Laut und Heiko Fulsche nebeneinander. Fulsche macht da verlorenen Boden wieder gut. 0,840 Sekunden sind es zwischen Vukovic und Hammel. Wir schauen jetzt mal im Laufe des Rennens, ob Hammel heute mitgehen kann. Gestern konnte er es nicht, da hat er sich dann mit Platz 2 abgefunden. Sein Glück ist, dass Alexander Rambo aktuell nur auf der gesamt sechsten Position ist. Das wird jetzt die fünfte, denn er geht jetzt auch vorbei an Matthias Meier. Also damit sind jetzt alle Super Production bis auf Bernhard Wagner an Matthias Meier vorbeigegangen. Und da hinten geht einer weit. Das ist ein Mini und das ist Dirk Laut. Das ist der Tabellenführer, der sich da verbremst hat oder ist er etwa angeschoben worden in der ersten Kurve. Unterdessen Rambo gegen Kovac in der Mercedes-Arena geht innen durch. Vierte Position jetzt für Alexander Rambo. Aber das ist mal eine riesige Überraschung. Was ist denn da mit Dirk Laut passiert? Der ist plötzlich hier mal ganz, ganz weit gefahren. Ist er da angeschoben worden oder hat er sich selber verbremst? Das müssen wir gleich nochmal in der Zeitlupe sehen, falls sie uns nochmal geliefert wird. Viktoria Frost hat damit die Führung hier übernommen. Und jetzt kommt Pawe Lefterov mit seiner üblichen Lichtrupe. Gerade vorbei an Cora Schumacher. Und ui, jetzt wäre er fast dem Dirk Lauts da draufgeknallt. Aber da hat er sich noch einmal abgebremst. Blinkt den jetzt auch gleich an. Der sagt, du stellst dich jetzt mal an, bis es hier durch den Edwan-Bogen geht und du auf der Garten vorbeifährst. Laut also muss jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder um die Führung kämpfen. Bislang war es ja so, dass er sich da in der Production-Klasse doch ziemlich schnell auf der ersten Position einsortiert hat und dann weggefahren ist. Jetzt hat Viktoria Frost die Spitze im IMC-Mini. Das Fahrzeug mit der Startnummer 33, das Reichsverschluss-Design, angelehnt an ein ehemaliges Design des BAR-Racing-Teams in der Formel 1. Unterdessen kommt die Spitze. Nach wie vor sind es 18. Sekunden zwischen Vukovic und Hammel. Wir fahren 1,40 Achter-Zeiten hier aktuell. Nils hat sich auf der dritten Position ein bisschen freigefahren hier von der Konkurrenz. Und es gibt eine Durchfahrtsstrafe gegen Alexander Rambo, weil er da den Pavel Lefterov gerade so torpediert hat. Also große Enttäuschung wieder für Alexander Rambo. Ach, der ist auch so ein bisschen der Pechvogel in dieser Saison. Und gestern hat Viktoria Frost eine Verwarnflagge bekommen, nachdem es da zu einer Situation kam. Und jetzt kriegt der Alexander Rambo hier direkt die Durchfahrtsstrafe. Das wird ihn natürlich weit zurückwerfen. Das ist auch schon die zweite Strafe gegen ihn in dieser Saison. Er hatte einmal einen Frühstart in Oschersleben. Das hat ihn einen möglichen Sieg gekostet. Also leider wird es wahrscheinlich wieder kein Podium werden für den Kia-Piloten, der jetzt also hier gleich einmal antanzen muss. Ja, Kovac auf der fünften Position. Dann Matthias Mayer, der hat noch Bernhard Wagner hinter sich. Aber leider jetzt natürlich Mayer ohne Konkurrenz in dieser Klasse. Wenn nicht Heiko Fulschi jetzt völlig über sich hinauswächst, der ist im Moment hinter Bernhard Wagner. Rückstand auf Mayer sind von ihm derzeit 3,3 Sekunden. Dafür dürfen wir uns aber darauf freuen, wird Viktoria Frost eventuell ihren ersten Sieg hier in der Production-Klasse 1,6 einfahren. Das ist jetzt die große Frage dieses Rennens hier. Da sind wir wirklich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Oder wird der alte Fuchs Dirk laut wieder zuschlagen? Rambo fährt erst einmal weiter. Kamera fängt uns Matthias Mayer ein, den Führenden der Hubraum-Klasse 2 in der Production-Kategorie. Er hat also jetzt aktuell hier einen Vorsprung von ungefähr drei Sekunden. Jetzt wird er Bernhard Wagner wahrscheinlich ziehen lassen. Der geht jetzt im leistungsstärkeren Super-Production-Kia an ihm vorbei. Das heißt, damit haben wir jetzt alle Klassen zusammen, oder? Nein, geht da nicht. Matthias Mayer lässt sich da auf ein Duell ein, bremst ihn glatt mal wieder aus Eingang Mercedes Arena. Das heißt also, Wagner muss sich da erstmal anstellen. Gut, Mayer hat jetzt gerade keinen direkten Konkurrenten in seiner Klasse. Warum legt er sich dann nicht mal mit einem Super-Production an, wird er sich denken. Und versucht jetzt also da gerade mal den Bernhard Wagner, der ein paar mehr PS an der Kette hat, dahinter sich zu halten. Bislang also erfolgreich. Sein Vorteil ist, dass diese Cup-Skirokus ABS haben. Das heißt, er kann da etwas später bremsen. So, Frost hat einen Vorsprung von 2,7 Sekunden aktuell auf Dirk laut. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal beobachten. Pavel Efterov ist mittlerweile an allen von denen vorbei. Aus der Production Hubraum Klasse 1. Das heißt also, wenn jetzt noch der Wagner irgendwann an Mayer vorbeifährt, dann haben wir auch unsere Kategorien wieder zusammen. Ja, und Heiko Hammel, der hält an der Spitze erstmal so halbwegs den Anschluss an Milenko Vukovic. Das ist nicht so eng wie das, was wir hier auf den Bildern sehen. Matthias Mayer und Bernhard Wagner, die da sehr eng zusammen sind. Aber das ist nicht so ein Ding wie gestern, wo Medenko Vukovic sich relativ easy da an der Spitze absetzen konnte. Was auch daran lag, dass Heiko Hammel dann so ein bisschen bedrängt wurde von Alexander Rambo. Der übrigens immer noch nicht zur Durchfahrtsstrafe gekommen ist und erst einmal weiterfährt. Heute kann Hammel da mitgehen. Im Hintergrund sehen wir jetzt, wie Pavel Efterov sich Heiko Fulsche zurechtlegt, während Matthias Mayer jetzt gerade hier Bernhard Wagner ziehen lässt. Und im Hintergrund die beiden VW Chirokkos, die beiden Roten jetzt im Bremsduell. Fulsche fährt da mal Kampflinie, lässt den mal nicht so eben kampflos da vorbei. Efterov versucht zu kreuzen, wird jetzt aber wieder außen sein. Jetzt kann er das Manöver von gestern nochmal versuchen. Hat er jetzt nämlich nochmal gekreuzt und die nächste Kurve geht wieder links rum. Aber er ist zu schnell reingefahren. Er musste in der Kurve vom Gas gehen, hat keinen Überschuss gekriegt. Und damit bleibt Heiko Fulsche im Kampf der beiden Roten Chirokkos erst einmal vorn. Dauerhaft wird er ihn nicht hinter sich halten können. Die Zeiten sprechen eine deutliche Sprache. 1,5 Sekunden war Efterov teilweise schneller. Also immer wieder stand ein Minus 1 Komma. Und jetzt ist es passiert. Eingang Querspange. Efterov geht vorbei auf die zweite Position in der Production Hubraumklasse 2. Und der Matthias Mayer ist gar nicht mal allzu weit weg. Das sind so ungefähr drei Sekunden. Und der wird jetzt gerade so ein bisschen von Bernhard Wagner aufgehalten durch die Kurven hindurch. Jetzt geht es wieder auf eine längere Gerade. Da kann sich Wagner jetzt absetzen. Mayer hat da gerade tatsächlich nochmal versucht, ihn jetzt in der Pielsteinkurve so ein bisschen zu attackieren. Aber eine ernsthafte Attacke war das nicht. So, wir haben einen unplanmäßigen Boxenstopp von Steffen Schwan. Start Nummer 82. Der kommt gerade mit dem Glatze Fiesta aus welchen Gründen auch immer an die Box. So, Alexander Rambo ist noch immer nicht gewillt, diese Durchfahrtstrafe hier in Angriff zu nehmen. Er kommt allerdings momentan auch nicht so wirklich an Reinhard Nils auf der dritten Position ran. Also Rambo, erst einmal weitergefahren. Jetzt müsste das nach meiner Zählung die letzte Runde sein, in der er die Möglichkeit hat, noch reinzukommen. Ansonsten droht ihm das Vukovic-Schicksal. Der fährt jetzt also erst einmal weiter. Kann sich aber auch nicht so richtig von Franjo Kovac lösen. Also so ganz richtig läuft es da bei Rambo nicht, habe ich das Gefühl. Denn normalerweise sollte er relativ einfach auf die dritte Position fahren können. Was uns jetzt so die Saison bislang gezeigt hat. Aber dieser Kia scheint nicht komplett gut zu laufen. Und jetzt, ah, es ist schon passiert. Jetzt gibt es die schwarze Flagge für Alexander Rambo. Dasselbe, was wir am Red Bull Ring mit Milenko Vukovic hatten. Also habe ich mich doch verzählt. Da war es schon die vierte Runde. Und jetzt gibt es die schwarze Flagge. Das heißt übrigens nicht automatisch eine Disqualifikation. Das ist ein sehr, sehr weit verbreiteter Irrtum. Das bedeutet jetzt in erster Linie mal, dass der Alexander Rambo an die Box kommen muss. Und dass er das Auto verlassen muss und zur Rennleitung gehen muss. Dann kriegt er da einen Einlauf vom Rennleiter. Und dann kann er wieder in das Auto einsteigen und theoretisch das Rennen noch weiterfahren. Das würde durchaus Sinn machen. Weil wenn er dann nicht zu viel Zeit verliert, würde er noch in Wertung kommen und immerhin noch ein paar Punkte mitnehmen. Jetzt kommt er. Also die hat er sofort mitbekommen. Das ist jetzt leider eine Runde zu spät, was Alexander Rambo da macht. Und das alles für eine kleine Kollision in der Mercedes Arena in der ersten Runde. So, jetzt schauen wir mal, ob er jetzt einfach nur seine Durchfahrtsstrafe absitzt oder ob er jetzt tatsächlich an die Box fährt. Also kommt jetzt hier erst einmal in langsamer Fahrt durch die Box geschlichen. Und jetzt werden wir mal sehen, er wird eingewiesen. Also doch, er nimmt jetzt die schwarze Flagge hier in Angriff. So, da wird erst mal gezeigt. Ausschalten. Ist jetzt auch fraglich, ob man da noch mal weiterfahren wird. Also theoretisch dürfte er es. Aber das Fahrzeug lief schon nicht so ganz runter. Also er hat jetzt eine persönliche Bestzeit in diesem Rennen bislang von 1,42,4. Das ist anderthalb Sekunden langsamer an die Spitze. Und so groß ist der Abstand eigentlich doch nicht von dem Kia auf die Fahrzeuge hier von Vukovic Motorsport und Wolf Racing, die wir jetzt auch mal wieder im Bild haben. Vukovic hat sich ein bisschen lösen können. Also wir sind jetzt tatsächlich mal bei über einer Sekunde. 1,128, um genau zu sein. Und Vukovic gast jetzt ein bisschen an. Und absolute Bestzeit im ersten Sektor. Und Rambo versteht gerade die Welt nicht mehr. Ist da an der Box und stapft jetzt erst einmal von Dannen. Was für ein gebrauchtes Wochenende für Alexander Rambo. Wieder einmal. Also er ist wirklich nicht der glücklichste Fahrer hier im DTC in dieser Saison. Aber das hat er sich diesmal selbst zuzuschreiben, muss man sagen. Also da hat jetzt diesmal nicht die Technik ihn im Stich gelassen, sondern das war ein eigener Aussetzer. Die Bilder zeigen uns Cora Schumacher. Die liegt auf der dritten Position in der Production Hubraum Klasse 1. Allerdings mit einem ziemlich großen Rückstand auf Dirk Laut aktuell. Das sind schon 7,3 Sekunden. Laut allerdings kommt auch nicht so wirklich ran an Viktoria Frost. Steffen Schwan ist mittlerweile aus der Box wieder rausgefahren und hat dabei allerdings mal gleich die weiße Linie überfahren. Das heißt, er darf gleich nochmal reinkommen. Durchfahrtstrafe für die Startnummer 82 wegen Überfahrens der weißen Linie am Boxenausgang. Hat jetzt hier keinen Wert mehr für das Rennen. Er hatte ja jetzt sowieso hier einen Stopp, was auch immer da los gewesen ist. Das ist jetzt nur Ergebniskosmetik. Also Vukovic, keine neue schnellste Runde von ihm, aber 13. schneller gefahren als Hammel in dieser Runde. Jetzt sind wir bei knapp 1,4 Sekunden. Er versucht sich jetzt also da vorne doch so langsam aus dem Staub zu machen. Nils dann 14 Sekunden Rückstand auf Heiko Hammel und Kovac weitere 1,7 zurück. Da könnte es noch spannend werden im Kampf um den letzten Podiumsplatz. Zwischen den beiden Gentleman-Piloten, Reinhard Nils und Franjo Kovac. Beides Geschäftsleute. Kovac, der mit Besaplast sich da ein ziemlich großes Plastikimperium aufgebaut hat. Und Reinhard Nils, der im Bereich der Tierkennzeichnung ein Unternehmen hat. Und die beiden sind sich da einig mit ihrer Herangehensweise. Sie sagen, wir machen Motorsport, um uns abzulenken von dieser ganzen Geschäftsgeschichte, von Verhandlungen, von Business Planen. Denn wenn wir uns in die Sonne legen, das sagen beide unisono, dann können wir einfach den Kopf nicht abschalten. Dann fangen wir sofort wieder an, über das Geschäft nachzudenken. Also fahren wir Rennen, da sind wir wirklich komplett in einer anderen Welt. Und so benutzt man hier Motorsport also als Ventil. Ja, und die beiden also derzeit um 1,6 Sekunden voneinander getrennt. Allerdings ist Franjo Kovac in der letzten Runde eine Zehnte schneller gefahren. Ja, Pavel Efterov hat Matthias Mayer wieder eingeholt. 0,5 Sekunden nur noch. Also ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass Matthias Mayer da vielleicht doch ein bisschen auf seinen Kontrahenten gewartet hat. Weil Matthias Mayer, für den geht es nicht um irgendwelche Meisterschaftspunkte hier. Für Pavel Efterov schon in dieser Kategorie. Und jetzt können wir also jedoch eventuell noch einmal dieses packende Duell genießen, was uns hier seit drei Rennen so fasziniert hat. Schauen wir mal, ob die Kamera uns das gleich wieder einfängt. Die ist zur Zeit bei Steffen Schwan, der jetzt gleich diese Durchfahrtsstrafe hier absolvieren muss. Da Dirk Laut doch immer weiter gegenüber Viktoria Frost abfällt. Jetzt sind es schon 4,8 Sekunden, wird das eventuell jetzt erst einmal das einzige große Duell werden, was wir hier gleich sehen. Zwischen Mayer und Efterov, was wir also schon die ganzen letzten Rennen jetzt immer wieder hatten. Sie uns hier wirklich aufs Feinste unterhalten haben. Und auch Kovac ist jetzt direkt dran an Nils. Das konnte man gerade in dieser Einblendung, wo Steffen Schwan gerade an die Box zuckelt, konnte man das noch im Hintergrund sehen. Die sind sehr dicht zusammen, während an der Spitze Vukovic jetzt schon 2,2 Sekunden Vorsprung hat. Der Abstand da also immer größer wird. Und ein Opel-Fan, den wir hier mal gerade grüßen, den wir gerade im Bild haben, der verzweifelt nach Opels in diesem Feld sucht. Die haben wir leider noch nicht, vielleicht kriegen wir das in der nächsten Saison. Ja, und hier sehen wir jetzt Reinhard Nils und Franjo Kovac. Die fahren hier gerade an der Sprecherkabine vorbei und das ist unmittelbare Schlagdistanz. So, Steffen Schwan, du hast nur eine Durchfahrtstrafe, du brauchst da nicht anhalten. Ja, fährt wieder los. So, und jetzt kommen auch gerade vorbei Matthias Mayer und Pawe Lefterov. Und Lefterov steckt jetzt im Windschatten drin. Kameras zeigen uns jetzt Nils gegen Kovac. Der Kampf um die dritte Position in der Super-Production-Kategorie. Mini gegen Audi. Zwei Geschäftsleute, zwei Gentleman-Fahrer im Kampf um den letzten Podiumsplatz. Und jetzt, Reinhard Nils, gestern so viel Pech gehabt, das ganze Wochenende, Seuche mit der Elektronik. Dann hat es den Motor kaputt gemacht. Sein KC-AEG-Team hat die ganze Nacht durchgeschraubt. Heute Morgen ist das Fahrzeug fertig geworden. Und jetzt kämpft er hier um den letzten Podiumsplatz gegen Franjo Kovac im Vukovic-Audi. Der gestern Dritter geworden ist, der am Red Bull-Ring gewonnen hat, der einen richtigen Lauf hat. Und wir sehen einen Scirocco an der Box. Heiko Fulsche ist aus irgendeinem Grund reingekommen. Eine Strafe hatte er nicht. Er fährt jetzt wieder raus. Pass auf die weiße Linie auf. Da hatten wir gerade schon mal einen, der dafür eine Strafe bekommen hat. Er überfährt sie nicht. Und sortiert sich da jetzt gerade hinter Ronny Reinsberger wieder ein. Tja, aber die beiden Gentleman-Fahrer, Reinhard Nils und Franjo Kovac, die werden sich jetzt hier also gleich um den letzten Podiumsplatz bekämpfen. Während an der Spitze Hammel jetzt gerade mal wieder vierzehntel schneller fährt. Das ist also eventuell noch nicht durch. Acht Minuten noch auf der Uhr. Jetzt sehen wir beide Kämpfe hier eingeblendet. Im Hintergrund sehen wir Meier gegen Lefterov. Und Meier musste ein erstes Mal Kampflinie fahren. Jetzt hat es die Regie wirklich schwer. Welchen Kampf sollen wir hier einfangen? Wir bleiben erst mal drauf. Auf Nils gegen Kovac. Wieder eine Runde darüber. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Meier gegen Lefterov. Lefterov in der Jaguar-Kurve. Zieleingangskurve. Da sollte er vorbeigehen. Jetzt sind sie also hier wieder aneinander geraten. Und Lefterov übernimmt zum ersten Mal in diesem Rennen jetzt die Spitze. Oh, da wird sich jetzt schon wieder bis aufs Gras teilweise gedrängt. Also die machen glatt mal so weiter wie gestern. Matthias Meier hat seit geraumer Zeit den etwas höheren Topspeed von diesen beiden Fahrzeugen. Da hat sich Lefterov ziemlich drüber geärgert. Und das hat man jetzt auch gerade hier wieder gesehen, wie Meier da teilweise sogar schon mal wieder kurz die Nase vorn hatte. Also er hat den etwas besseren Topspeed. Aber Lefterov, der hat ein Kämpferherz ohne Ende. Und der schmeißt hier diesen Scirocco in jede Kurve fast im Drift rein. Und da hat er gelernt. Da hat er gelernt von gestern. Jetzt Turn 3 fährt er ganz eng an. Denn da hat ihn Matthias Meier gestern einmal ganz böse überrumpelt. Das war eine ziemliche Überraschungsattacke. Da hat Matthias Meier seine ganze Streckenkenntnis hier auf dem Nürburgring eingesetzt. Auf der Sprintstrecke, um Lefterov da einmal richtig ins Boxhorn zu jagen. Den Angriff hat er jetzt direkt mal abgewehrt. Und er ist immer noch vorne. Aber er kann Meier wahrscheinlich nicht abschütteln. Das hat sich jetzt hier schon bei den letzten Rennen immer wieder gezeigt. Aber was für eine Aufholjagd von Pavel Lefterov. Nachdem er ja da anfangs torpediert wurde von Alexander Rambo. Und jetzt ist er wieder an der Spitze. Und er kommt jetzt sogar ein bisschen weg. Matthias Meier kommt da ein bisschen in den Dreck am Ausgang der Bielsteinkurve. Und das kostet enorm Schwung jetzt für diese Gerade. Und wir sehen hier auch die Tendenz aus den letzten Runden. Da ist Matthias Meier immer wieder 3 bis 4 Zehnte langsamer gewesen. Also das spricht aktuell tatsächlich mal für Pavel Lefterov. Frage ist, kann er sich vorne halten? Oder wird Matthias Meier jetzt nochmal loslegen? Findet er nochmal was? Hat er erst gedacht, dass Meier ihn eventuell ja so ein bisschen auf ihn wartet. Aber aktuell sieht es tatsächlich so aus, als wäre Pavel Lefterov der Schnellere von beiden. Denn er hat sich jetzt um immerhin 6 Zehntel in dieser Runde absetzen können. Das ist keine direkte Schlagdistanz für Matthias Meier. Unterdessen Production Hubraum Klasse 1. Viktoria Frost hat einen Vorsprung von 7 Sekunden auf Dirk Laut. Da bleibt es also dabei, dass Frost ihrem ersten Saisonsieg hier entgegenfährt. Das Fahrzeug von Laut klingt auch nicht sonderlich gesund. Er ist hier gerade vorbeigekommen. Und das klingt fast, als würde er nur noch auf drei Zylindern laufen. Also ein sehr, sehr raues Motorengeräusch da bei seinem Mini. Da ist etwas wohl nicht so ganz richtig. Das heißt also, da hat sich das Thema Titel jetzt auch erledigt für dieses Rennen. Das wird also mal vertagt nach Solder, wo das nächste Rennen dann im September auf dem Programm steht. So und wir sehen jetzt auch noch einen Kampf zwischen Ronny Reinsberger und Ralf Glatzel. Da geht es um die vierte Position in der Production Hubraum Klasse 1. Das sind die beiden Glatzel Ford Fiesta. Der knallrote und dann der schwarze Bolide. Die sind gerade sehr dicht. Ach nee, das war Steffen Schwan. Nein, da muss ich mich korrigieren. Das war Steffen Schwan in dem anderen, der schwarzen Glatzel Fiesta. Und der ist ja überrundet. Und da war Ronny Reinsberger gerade ganz dicht dran, als die an der Sprecherkabine vorbeigefahren sind. Ralf Glatzel hat einen Rückstand von 21 Sekunden aktuell auf Ronny Reinsberger. Da hat sich der Fall also erledigt. Und eventuell erledigt sich auch der Fall gerade im Kampf um die Super-Production-Position 3. Denn Franjo Kovac hat sich gerade ganz schön heftig verbremst in der Wedul-Schikane. Und hat jetzt dadurch mächtig an Boden verloren. In der letzten Runde zweieinhalb Sekunden langsamer gewesen als Reinhard Nils. Und damit hat dieser jetzt erst einmal wieder einen beruhigenden Vorsprung. Und das fährt wahrscheinlich Kovac jetzt aus eigener Kraft auch nicht mehr in den verbleibenden 3 Minuten und 43 Sekunden zu. Das heißt also, dass das eventuell gerade ein entscheidender Fehler von Franjo Kovac gewesen ist. Sein Teamkollege Milenko Vukovic hat derweil alles da vorne im Griff. Hat sich gerade mal kurzzeitig erholt und das Material geschont. Und jetzt gast er wieder an. Er hat mittlerweile 2,8 Sekunden Vorsprung. Das heißt also, er wird wohl zwei weitere Punkte vom Punktevorsprung des Heiko Hammel abknapsen. Und es könnten sogar drei werden. Und das werden sie auch nach derzeitigem Stand. Denn er hat auch die schnellste Runde. Ist da ganze 44.000 schneller gefahren als Heiko Hammel. Das heißt also, Vukovic würde den Abstand verringern von 15 auf 12 Punkten in der Meisterschaft. Und dann sieht das ganze Bild plötzlich doch wieder etwas anders aus, wenn es jetzt hier nach Solda geht. 3,3. Wieder in dieser Runde Vukovic eine halbe Sekunde schneller als Hammel. Ich denke mal, da wird Hammel sich jetzt mit dem zweiten Platz auch begnügen müssen. Das wird er jetzt auch wahrscheinlich eingesehen haben. Lefterov hat unterdessen 1,2 Sekunden auf Maier herausgefahren. Und das heißt also, dass der Bulgare hier tatsächlich jetzt wohl zum ersten Mal seinen Rivalen aus dem HTF-Team schlägt. Lefterov, der fährt ja für das Team Konrad Motorsport. Diese beiden Teams, Konrad und HTF Motorsport, die sind unter einem Dach hier. Die machen das Ganze hier derzeit so ein bisschen gemeinsam. Aber natürlich gibt es eine Rivalität der beiden Teams aus Sintzig und Erfurt. Und da hat HTF Motorsport zuletzt häufig die Nase vorn gehabt. Und jetzt könnte es also sein, dass Konrad Motorsport mal wieder jubeln darf. Also da hat sich die Lage jetzt ziemlich beruhigt. Es sind jetzt aktuell 1,5 Sekunden. Pavel Lefterov muss man wirklich ein Kompliment machen. Nachdem der da in der ersten Runde torpediert wurde, jetzt fährt er beständig schneller als Matthias Maier. Ja und ein Kompliment natürlich dann auch an Viktoria Frost, die noch immer ihrem ersten Saisonsieg hier in der Production Hubraum Klasse 1 entgegenfährt. Dirk Laut, der wird sich mit Platz 2 jetzt sicherlich hier abfinden können. Das ist absolut in Ordnung für ihn. Da verliert er jetzt in der Meisterschaft nur zwei Punkte. Frost hat auch die schnellste Runde in der Production Hubraum Klasse 1. Das heißt, sie wird hier dann die Maximalpunktzahl aus diesem Rennen von 11 Punkten mitnehmen. Den einen Bonuspunkt für die Pole Position, den Freilich hat natürlich hier Dirk Laut geholt. Mit dieser Runde heute Morgen. Also es geht in die vorletzte Runde hinein für Milenko Vukovic und Heiko Hammel. Reinhard Nils, den uns die Bilder hier gerade zeigen, der ist noch in der drittletzten Runde. Hier hat Franjo Kovac immer noch hinter sich, allerdings ist Kovac da weit genug weg, dass es für Nils im Moment relativ beruhigend ist. Klar, pummelen sollte er nicht, aber normalerweise sollten diese drei Sekunden Vorsprung, die es bei der letzten Zieldurchfahrt waren, ausreichen. Es dürfte jetzt etwas weniger geworden sein. Wenn die beiden jetzt hier durchkommen, es sind jetzt 2,6, aber das reicht alles absolut aus. Dann Bernhard Wagner, den haben wir gerade noch im Hintergrund gesehen. Im Kia Proceed auf der fünften Position. Und der wird vor allem auf den Abstand da vorne schauen und der wird ihm sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, denn der ist deutlich geringer, als er das noch am Red Bull Ring war. Das sind aktuell nur 8 Sekunden Rückstand auf Franjo Kovac. Er lernt also schnell. Und vor allem, er fährt fehlerfrei. Das ist absolut das Wichtigste hier für ihn. Und dessen gibt es ein Überholmanöver, das zwar für eine Gesamtposition entscheidend ist, aber nicht für die Position in der jeweiligen Klasse. Das ist Heiko Fulsche, der nach diesem unplanmäßigen Boxenstopp gerade an Viktoria Frost vorbeigefahren ist. Naja, ein Kora Schumacher war das, sorry. Da haben sie jetzt gerade die Plätze 10 und 11 getauscht. Das Ganze hat allerdings keinerlei Auswirkungen auf die einzelnen Wertungen, in denen sie unterwegs sind. Zeit ist abgelaufen. Eine Runde gibt es jetzt noch. Milenko Vukovic nimmt die letzte Runde in Angriff. Und dann wird er wahrscheinlich drei der letzten vier Rennen gewinnen. Und das vierte Rennen im Bunde hat sein Teamkollege Franjo Kovac gewonnen. Das wird also der vierte Audi-Sieg in Folge hier werden. Und das zeigt, was die für einen Entwicklungsschritt zum Rennen auf dem Red Bull Ring unternommen haben. Also die fahren mittlerweile hier dem Feld ganz schön um die Ohren. Heiko Hammel gibt alles, setzt da sein ganzes fahrerisches Können ein. Aber es reicht aktuell nicht, um da an Vukovic heranzukommen. Der Abstand in der Meisterschaft wird also auf zwölf Punkte schrumpfen. Geht in Richtung der Querspange für Milenko Vukovic. So, wir können sehen, dass Pavel Lefterov weiterhin einen beruhigenden Vorsprung hat auf Matthias Mayer. Zweieinhalb Sekunden, also es wird für den Bulgaren jetzt tatsächlich einen Sieg im direkten Kampf gegen Matthias Mayer geben. Und das, nachdem es da nach der ersten Runde so hoffnungslos ausgesehen hatte. Aber Milenko Vukovic hat jetzt noch ein paar zu überrundende Fahrzeuge vor sich. Kura Schumacher wird er wahrscheinlich noch überholen. Ich denke mal, Heiko Fusche, den kriegt er nicht mehr eingeholt. Und dann ist es vollbracht, dann feiert er seinen dritten Saisonsieg. Trotz voller Zuladung im Audi von 50 Kilo. Die hat Heiko Hammel natürlich auch drin. Aber die Reifen halten, alles problemlos. Milenko Vukovic, vierter Sieg in Folge für die Vierringe. Da wird man sicherlich das ein oder andere Bier hier heute Abend aufmachen. Denn das ist das Ergebnis harter Arbeit, harter Entwicklungsarbeit. Milenko Vukovic gewinnt den zwölften Einzelauf des Deutschen Tourenwagen Cups 2016 auf dem Nürburgring. Gratulation an ihn und an Heiko Hammel, der mit dreieinhalb Sekunden Rückstand hier auf die zweite Position kommt. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis Reinhard Nils hier mit seinem Mini aufkreuzt. Der wird dann nämlich den letzten Podiumsplatz hier einnehmen. Und das hat er sich dann auch wirklich verdient, nach dem, was er an diesem Wochenende hier erlebt hat. So, kommen ein paar Production-Fahrzeuge durch. Kura Schumacher, Ronny Reinsberger, das waren die Plätze drei und vier in der Production-Hupraum-Kategorie eins. Und hier kommt Reinhard Nils, der also gleich auf das Treppchen wird steigen dürfen. Franjo Kovac ist diesmal nicht dabei bei der Siegerierung, muss sich knapp geschlagen geben durch einen Verbremser vorhin in der Wedul-Schikane. Und auf die fünfte Position kommt Bernhard Wagner im zweiten Kia. Und Pavel Efterov, der kommt da hinten schon mit Schlangenlinien angefahren. Endlich reicht es für den Bulgaren. Er holt sich den Sieg in der Production-Hupraum-Klasse 2 vor Matthias Mayer. Und jetzt warten wir auf Viktoria Frost, die ihren ersten Sieg hier in der Production-Hupraum-Kategorie eins einfahren wird. Die Dame mit der Startnummer 33 in dem IMC-Mini. Zwölf Rennen musste sie warten. Und jetzt erfüllt sie sich hier einen Traum. Das Fahrzeug ist noch nicht aus der letzten Kurve wieder rausgekommen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Da hinten kommt sie. Startnummer 33, das Reißverschlussfahrzeug. IMC Motorsport gewinnt mit Viktoria Frost die Production-Hupraum-Klasse 1. Und Dirk Laut, der wird jetzt hier gleich als letztes Fahrzeug die Zielfrage sehen. Und dann hier die zweite Position einnehmen. Wichtige Punkte für ihn. Der Meisterschaft wieder einen Schritt näher, obwohl er hier ein bisschen was verloren hat. Cora Schumacher, dann also dritte, wäre das letzte Fahrzeug jetzt da. Ja, Heiko Fulschitt, der kommt hier noch als drittplatzierter der Production-Hupraum-Klasse 2. Dann also Cora Schumacher, gesamt elfte Position, dritte Abplatz-Production-Hupraum-Klasse 1. Ronny Reinsberger kommt da auf die vierte Position und Platz zwölf im Gesamt. Dann Ralf Glatze und Steffen Schwan. Ja, und der bedauernswerte Alexander Rambo. Also wieder einmal ausgeschieden in diesem Rennen. Das war's für den Moment aus der Sprecherkabine. Wir kommen gleich wieder mit den drei Siegerehrungen. Das war's für den Moment aus. Das war's für den Moment aus. Das war's für den Moment aus.